Herzlich Willkommen, Freunde der Frauenwelt, zu diesem erneuten Video. Wie ihr es im Titel schon gelesen habt, heute wird es wieder richtig ehrenlos. Und zwar gibt es heute einen zweiten Teil der Dating-Tipps. Nachdem der erste Teil bei euch so gut angekommen ist, dachte ich, komm, Qsy, schwingst du dich aufs Bike und guckst mal, ob du deinen Zuschauern wieder ein paar Tipps mit auf den Weg gehen kannst, wie ihr die Frauenwelt erobert. Und genau das habe ich auch getan. Natürlich wieder in Kooperation mit einem echten weiblichen Wesen. Auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal zu dem Spot, wo ich mich auch immer mit dem L.S. im letzten Video hingestellt habe. So, Freunde. Oh, ich rufe mal. Ich weiß nicht, ob ich dem Ganzen trauen kann. Freunde, die Dating-Tipps beginnen. Lasst die Spiele beginnen. Also Leute, letztes Mal ging es ja ein bisschen um Dominanz zeigen. Und das Ding ist, Dominanz ist ja schön und gut. Darum geht es heute zwar auch in einem Punkt wieder. Aber man muss ja auch manchmal einfach ein paar Kompromisse eingehen. Und dann müsst ihr auch die emotionale Seite des Mannes raushängen lassen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist der erste Tipp, fangt, wenn ihr Gespräche führt, manchmal einfach random anzuheulen. Weil das zeigt nämlich, dass ihr kein emotionsloses Arschloch seid. Das ist nämlich auch wichtig, um der Frau einfach zu signalisieren, ey, wenn es darauf ankommt, ich kann ihr auch Gefühle zeigen, so weißt du. So, das wird auf jeden Fall einen sehr großen Effekt bei ihr auslösen. Und im besten Fall habt ihr sie nach dem ersten Tipp schon direkt um den Finger gewickelt. Aber falls es nicht klappt, dann befolgt einfach die weiteren Tipps. Also ihr müsst penetrant oft schreiben und auf jeden Fall auf Antworten geiern. Aus dem ganz einfachen Grund, ihr müsst ihr zeigen, dass ihr Interesse für sie habt. Und zwar, wenn ihr euch nicht trefft, müsst ihr das nämlich durchs Schreiben signalisieren. Und genau das ist die Vorgehensweise bei diesem Tipp. Also schreibt oft und geiert auf Antworten, ganz leicht. Dann müsst ihr Snaps schicken, wie zum Beispiel, also macht einfach einen Snap von eurem Gesicht, ganz normal. Oder halt in meinem Fall mit Motorrad-Helm. Und schreibt dann einen Text hin, wie zum Beispiel, ey, ich habe gesehen, du hast in deinem Schrank keine Cornflakes mehr. Soll ich dir vielleicht welche kaufen? Und das geht dann auch noch mit dem nächsten Tipp einher. Schreibt immer, aber nur wenn du willst. Haha. Das zeigt dem Mädchen, dass ihr ihr auch Freiheit lasst. Sie muss ja sehen, wenn sie mit euch zusammen ist, dann hat sie auch Freiheiten. Sie wird nicht eingesperrt und so. Ihr gebt ihr die Zeit, die sie braucht. Ihr gebt ihr alles, was sie möchte. Das ist sehr wichtig. Da stehen die Frauen auf jeden Fall drauf. Ihr solltet auf jeden Fall bei allem, was ihr macht, unsicher sein. Ist wieder das gleiche Thema wie mit dem Punkt heulen. Das zeigt einfach, dass ihr euch auch wirklich ernst meint mit der Frau. Er hat einfach Milf-Kennzeichen. Digga. Das könnte... Ne, egal. Also Leute. Ihr müsst halt einfach zeigen, dass ihr wirklich Interesse an ihr habt. Dass ihr euch Mühe gebt mit der Frau. Und dass sie eigentlich auch die Einzige auf dieser Welt ist, für die ihr Augen habt. Wie gesagt, eben schon angesprochen. Nach jedem Satz. Wenn du willst, haha, schreiben. Und immer, ihr bietet immer eure Hilfe an. Es gibt nichts, nichts, was die Frauen mehr um den Finger wickelt, als Hilfsbereitschaft. Ich sag's euch. Was auch extrem wichtig ist, flext. Flext in jeder Situation mit irgendeiner unnötigen Scheiße rum. Das zeigt nämlich einfach, dass ihr ein Alpha seid. Kommen wir wieder zum Tipp Dominanz. Und zwar solltet ihr zu jedem möglichen Zeitpunkt Farid Bang zitieren. Weil wie ihr alle wisst, Farid Bang ist genauso wie ich. Nicht nur ein bisschen cracked im Kopf. Gut, ich bin noch professioneller YouTuber. Aber, was noch ganz wichtig ist, wir sind Frauenversteher. Und ihr seid es nach diesem Video auch. Und deshalb zitiert ihr Farid Bang. Deswegen, das zeigt nämlich zusätzlich nochmal Dominanz, da ihr eine sehr dominante Ausstrahlung habt, die ihr dadurch übernehmen könnt. Ihr dürft aber nicht zu dominant sein. Weil wenn ihr zu dominant seid, dann denkt ihr, ihr seid ein Arschloch, das voll verklemmt ist oder was weiß ich. Deswegen bombardiert sie mit Komplimenten. Sagt ihr direkt nach dem Aufstehen, dass sie das schönste Mädchen der Welt ist und nicht wie eine Hexe aussieht, wie das normalerweise der Fall ist, direkt nach dem Aufstehen. Und dann wird es laufen, sage ich euch. Das ist jetzt wieder so ein Tipp, dass es schon, wenn man auf einem Date ist, ihr wisst ja, ich habe damals den linken Haken gebracht. Also nicht gebracht, aber euch mit auf den Weg gegeben. Und ich habe mir jetzt gedacht, Digga, du fährst jetzt einen Rechtslenker, da kannst du keinen linken Haken mehr geben. Weil, wenn ich, das ist halt nicht möglich, ne? Deswegen ist jetzt der Tipp, es ist die linke gerade. Ja, ihr müsst euch vorstellen, man fährt. Und dann, sie sagt euch, ihr seid zu nett. Dann macht ihr einfach den. Gleiches Thema wie damals. Sie kann gar nicht mehr drüber nachdenken, warum ihr zu nett seid. Und dann habt ihr die Frau, weil sie dann weiß, ey, ihr könnt euch auch durchsetzen. Und das zeigt einfach nur, wie stark ihr eigentlich wirklich seid. Der nächste Tipp ist, bezeichnet euch selbst als Frauenversteher. Den lasse ich jetzt auch einfach so stehen, da sage ich jetzt nicht mehr zu. Auf ganz ernst, wenn ihr auf dem ersten Date seid, ihr kommt hin, ihr wart gerade essen und dann geht ihr spazieren oder irgendwie so. Also, ich gehe mal davon aus, dass ihr spazieren geht oder so. Und in diesem Moment, wenn es irgendwie ein schöner Sonnenuntergang oder ähnliches ist, dreht ihr euch zu ihr hin. Guckt ihr penetrant lange in die Augen, bis es ihr unangenehm ist. Und sagt dann auf ernst, ich liebe dich und ich will ein Kind von dir. Das zeigt auf jeden Fall schon mal, dass ihr ein Familienmensch seid und auch sehr entscheidungskräftig seid. Denn ihr habt es schließlich auf dem ersten Date geschafft, euch auf eine Frau festzulegen. Und das ist genau das, worauf alle stehen. Das wollen sie nur alle nicht zugeben, sage ich euch. Also, ihr seid auf dem Date, vielleicht trefft ihr euch bei dir oder bei ihr. Es läuft gut und dann guckt sie einfach an, guckt ihr ins Gesicht und fragt, ey, hast du eigentlich Bock zu smashen? Wenn sie dann ja sagt, dann bewegt ihr euch in euer Wohnzimmer, in euer Schlafzimmer, wo auch immer ihr sie stehen habt und holt die Switch raus und spielt eine Runde Smash. Wenn ihr euch dann mit dem Mädchen trefft, küsst sie direkt mit Zunge auf den Mund zur Begrüßung. Nächster Tipp, vor dem Date. Falls ihr euch fragt, was soll man anziehen? Ihr kommt ohne T-Shirt zum Date. Oberkörperfrei, ihr müsst Muskeln flexen. Und wenn sie euch fragt, ist sie nicht kalt? Dann sagst du, nein, wenn ich so rausgehe, ist nicht mir kalt, sondern der Wetter ist warm. Es ist ja essentiell wichtig zu wissen, worauf man sich überhaupt einlässt. Und deswegen ist der nächste Tipp. Wenn ihr euch nicht sicher seid, kann das Mädchen mir überhaupt was bieten. So, ich bin breiter als der Türsteher mit einem 44er Bizeps. Und ihr wisst nicht, passt das, ist das meinen Ansprüchen gerecht? Denn das ist auch wichtig. Kennt euren eigenen Wert. Das ist so essentiell. Und das ist jetzt nicht mal gelogen, Leute. Kennt euren eigenen Wert. Ja, okay. Fangt an zu twerken. Sie wird euch komisch angucken, aber dann dreht ihr euch zu ihr und sagt, ey, kannst du das auch? Wenn ja, mach mal. Weil ihr müsst ja wissen, wenn ihr sie dann anfängt, dann seht ihr ja, worauf ihr euch am Ende. Einlassen werden. Äh, letzter Punkt. Crocs stay on, Jürich. Und Leute, ganz wichtig. Es gibt ja immer Momente, da schlägt es einem Leben zurück. Da weiß man nicht weiter. Da fragt man sich, warum hat sie, obwohl ich alle Tipps befolgt habe, jetzt aus dem Nichts einen Freund bekommen. Wenn sie einen Freund bekommt, fragt sie, ey, wie viel wiegt denn eigentlich dein Freund? Und sie wird euch dann das Gewicht sagen. Schickt ihr dann ein Video, wie ihr das Gewicht auf der Bank am Drücken seid. Zeigt nämlich einfach, dass ihr Alpha seid. Das flext sie weg und das ist so ein kleiner Disrespect am Rande. Und Freunde, jetzt ist es soweit. Vielen Dank.